Hast du eine Freundin eigentlich? Ja. Hast du? Wie lange bist du mit der schon zusammen? Boah, alte Schwule. Was ist das denn für eine schwule Scheiße, Alter? Auf! Hör du auf, Alter! Komm mal auf, Casey! Sei ruhig, wenn sich dein Meister anschreibt, Alter! Ja, ja, ist ja gut, Casey, du bist der Botz! Du kannst doch nicht angeschnallt Auto fahren. Was bist du für ein schwuler Pisser, Alter? Klar machen! So war das jetzt auch nicht. Natürlich, klar, Alter! Sag ja nicht, der hat dich wohl angebaggert. Ey, der... Genau das! Alter, bist du wie immer? Sag mal, was du gesagt hast! Ja... Du bist mir sympathisch, ich find dich attraktiv... Dass mir die Ausstrahlung gefällt! Guck mal, was für Ausstrahlung? Bist du schwul, Alter? Was ist denn bei dir los? Ach, das nennt man... Massiv, heavyweight, Haiwan-mäßiges Fistfucking. Okay. Ich hab so eine Alte gestern richtig weggehabt. Na klar. Hör auf, so rumzuhören, Alter! Alter, sag mal, keine Mama, Alter! Was bist du für ein Typ, Alter? Was hab ich dir beigebracht? Haiwan! Ich hab dir das Zauberwort beigebracht. Warum benutzt du's nicht? Was sind wir denn? Wie? Was ist mit mir los? Soll ich dir meine geben oder was? Ich hab mich sieben Tage alleine mit dem Scheißleihwan. Was geht bei dir? Was ist mit mir? Das ist mit mir! Wir haben dich hier! Es ist mit mir ein Typ! Rap Revolution Bis zum nächsten Mal.